Cuxhaven. Hier bekommen Sie Meerblick, Sandstrand, Hafenfeeling und auch eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten. Besuchen Sie die Kurgebiete Saalenburg, Dunen und Döse und erleben Sie Cafés, Restaurants und unser maritimes Geschenkangebot. Steigen Sie auf und kommen Sie mit in den Hafen. Mit seinen Restaurants, seinem Fischangebot und den urigen Kneipen. Genießen Sie ein historisches Cuxhaven im Lotsenviertel. Laufen Sie hier entlang an Boutiquen und Fachgeschäften mit über 100-jähriger Tradition. Vom Kämmererplatz bis zum Schloss erhalten Sie hier ein vielfältiges, glitzerndes und maßgeschneidertes Angebot. An der grünen Wiese liegt die Abschnede. Gut für jegliche Art von Großeinkauf oder technischer Anschaffung. Besuchen Sie uns am Meer und nutzen Sie unser komplettes Angebot. Cuxhaven. Untertitelung des ZDF für funk, 2017